Vielen Dank. Wie wolltest du die Sendung heute starten? Das musst du morgen machen. Die Hauptzeichen von der Sendung ist schon gestartet. Das gehörte zu. Das ist doch ein schöner Tag. Heute war ich am Nachmittag. Ich habe die Geschichte schon erzählt. Jetzt muss ich es euch auch noch erzählen. Jetzt muss ich die Geschichte einfach jedem erzählen. Ein wenig wieder spazieren in dieser Stadt, in der man kaum Menschen sieht, obwohl viele Häuser hier stehen. Ich glaube, die drei Tage, die wir nun hier sind, ich habe zehn Leute gezählt, glaube ich. Mehr waren das nicht. So bin ich heute ein wenig an anderen Seen. Es gibt verschiedene Seen hier, viele. Ich glaube, vier oder noch mehrere. Heute bin ich an einem anderen See spaziert, einem größeren, wunderschön, mit schönen Bäumen. Weite Landschaft, so weit das Auge reicht, so weit er das Auge sieht. Sehr weite Landschaft. Und da saß ich dann so am Ufer und da war die ganze Zeit sehr nahe. Bei mir ist ein wunderschöner kleiner Vogel, so ein gelber, mit orangen Gefieder. War wunderschön und hat mir immer vorgesungen. Hat in Variationen probiert. Es war sehr schön, ihm zuzuhören. Es waren die leichten Wellen zu hören, der Wind. Ja, und was auch auffällt, überall diese Stille. Einfach diese Stille. Eigentlich eine Stille, die man auch vernehmen kann im größten Lärm. Wenn man nur richtig hinhört. Okay, lasst uns einfach diese Stille genießen. So, egal wo wir jetzt gerade sind, jeder von uns. macht er sich jetzt einfach gemütlich auf seinem Stuhl und in seinem Sitz. Man fühlt sich einfach jetzt genau jetzt in sich. Heute waren wir zusammen, gemeinsam, haben gemeinsam uns ausgetauscht. Und gerade so, wie wir uns jetzt fühlen, wie ich mich fühle in diesem Moment, in diesem Moment, in diesem Fühlen, entspanne ich mich. Lass jetzt all das Gesprochene hinter mir und entspanne mich einfach in diese Stille durch alle Geräusche hindurch wahrnehmbar. alle Dinge, die man wahrnimmt, hört, hören wir jetzt mit unserem ganzen Wesen, nicht nur mit dem Ohren, sondern mit dem ganzen Körper, mit dem ganzen Sein. und nach und nach einfach vernehmen wir diese Stille diese Stille tauchen ein in diese Stille durch alles hindurch, durch jedes Geräusch, durch alles hindurch. Nehmen wir diese Stille und lassen uns auf keinen inneren Dialog, der durch irgendetwas gestartet werden könnte, die Stille ein. für diesen Moment, nur dieser Moment. die Stille ist die Stille, die Essenz, die Quelle. und ist die Stille. Gemeinsam tauchen wir ein in die Essenz, in die Quelle, in diesen Moment. Ein Treffen ohne Unterschiede, genau jetzt und hier. Ein Treffen ohne Unterschiede. Ein Treffen ohne Unterschiede, genau jetzt und hier. Ein Treffen ohne Unterschiede, genau jetzt und hier. Ein Treffen ohne Unterschiede. Und durch alles hindurch, keine Störung, einfache Wahrnehmung, komplett offen, kein Halten. Ein Treffen ohne Unterschiede. Und mit dieser Stille, mit diesem Hiersein, gerade jetzt, in diesem Moment, ohne dies zu verlieren. Einfach dieses einfache Hiersein. Öffne ich einfach langsam wieder meine Augen. Ein Treffen ohne Unterschiede. Vielen Dank. Danke. 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 Die Erholung startet sofort. Auf Wiedersehen. Danke. 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 Danke.